Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Rainbow Video. Wie ich ja gesagt habe, werde ich zumindest um die neuen Seasons herum wieder etwas aktiv, was Rainbow angeht. Und da Grimmsky vor der Tür steht, habe ich das Ganze mal wieder angeworfen. Wie ihr sicherlich merkt, bin ich nicht mehr ganz so aktiv wie vorher, was daran liegt, dass jetzt vor einiger Zeit schon wieder die Schule angefangen hat und ich nur noch sehr wenig Zeit für YouTube habe. Trotzdem werde ich versuchen, so viele Videos wie möglich zu machen. Falls ihr aber gerne trotzdem mehr von mir sehen wollt, folgt mir doch gerne auf Twitter, da trete ich alles mögliche von neuen Videos überall täglich, hier ist bis hin zu Fußball. Also da bin ich und bleibe auf jeden Fall aktiv. Okay Leute, soviel dazu. Viel Spaß beim neuen Rainbow Video und let's go. Ja, kannst du noch kurz bei mir die Tür aufschließen? Ist jetzt nicht der Ernst? Okay, da ist auf jeden Fall jemand, der Gart. Ist offen? Ja, danke, danke. Falls jemand auf die Idee kommt, hier oben rauszuspringen oder so. Zack. Alter, schon wieder zwei. Ah, okay, jetzt warte. C4? Nee, tot. Hap. 1 zu 2, nicht 1 zu 8. Ja, wir kriegen es noch zur dritten. Weil wir es nämlich schaffen müssen, weil ich nicht verlieren darf. Ah, Capcon. Bei mir. Bei der Onsport, bei der Onsport. Wo bist du? Hinter dir. Okay, Capcon ist links von mir an der Wand. Die Mira ist, glaube ich, im Waggon drin. Oh, Fanshaufen. Ja. Capcon fast da und. Ganz, ganz. Capcon ist tot. Capcon ist tot. Schön. Ist dir rein und drang die Mira? Ja. Ich habe links, ich habe links, ich habe die Tür hier. Rechts von mir ist rechts von mir. Habe ich da. Leute, ich konnte sie nicht messern. Ja, nice. Muss ich mal gucken, wie nah ich da dran stand. Warte mal. Siehen wir das? Da, hab sie gemessert sich nicht geübt. Ja, nice gespielt. Oben. Ich bin oben reingegangen. Ah, ist unten. Okay, nee, weil die Tür wurde aufgerissen und die aufgeschlagen. Ich bin, ja, Hotbreach. Okay, Dropper hätten wir schon mal. Frost ist, äh, unten die Stairs. White. Nee, Red. Richtig, nice. Castle down. In-Room müsste eigentlich clean sein. Soll ich springen? Ich, äh, weiß ich nicht. Droh mal lieber, droh mal lieber. Oh. Was für eine Szene. Oh, das war Lucky, okay. Ich habe ihn wieder erkannt. Er kommt bei mir, er kommt bei mir, aber er kann nichts machen. Nice. Nice, schön. Nice, Digga, was war das für eine Szene, Mann. Guck mal, ich tue, als will ich das Spiel absolut in der Routine. Spielen, weil ich hier die ganze Zeit rumhampel, dabei kann ich absolut nichts. Pass auf, ich will den, ich will den jetzt treffen. Guck, das war's. Der hätte nicht mal John Legend getroffen. Wenn du dich jetzt fragst, wer John Legend ist, kriegst du eine Schelle. Nee, ich weiß, was das ist. Spaß, voll zu nur keine Schelle. Ja, Finka kommt hinten, aber, äh, du musst nur auf den Stairs aufpassen, dass von den Stairs keiner kommt, Christopher. Okay, was, Ella schon. Du musst gar nichts machen, eigentlich gerade. Kann keiner kommen. Noch einer bei den Stairs. Rein in die Olga, ah, ah, ah. Ella hat noch Hilfe gebraucht, vielleicht. Guard 1. Da ist noch jemand. Ja, ja, einer. Die Bahn hast du noch. Oben ist noch, äh, Sophia. Oh, das war knapp. Mira macht doch was. Oh, nein, 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 das ist gar nicht gut. Oben auf den Stairs ist noch die Finka. Finka ist ein Job, Finka ist ein Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Fahrstuhl, Balahabibi, Balahabibi. Und der letzte wird sich auch noch gegönnt. Ja, tiap, Mira, ich hole den letzten. Scheißspiel. Ich sehe, weil wir keinen mehr kem. Wieso macht Frost das jetzt? Doch, 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 so läuft eine Hibana, ich mach einfach noch das Tor. Oben war der Ella. Was? Wo ist der? Blabbi. Bug tot. Nice. Jäger, Mann, krieg ich überhaupt keine Kills. Das ist schade. Du wirst noch mal, ich dachte, was? Soll ich was machen? Warte, warte, warte. Ich hab sie, ich hab sie. Hab sie. Schön. Hab Val. Hallo? Ich werde die ganze Zeit gespottet in der Lobby, so viel von der Valcam. Oh, ich hab mich... In der Lobby ist Puls, Digga. Ich hab mich... Ich hab gedropshottet, Mann. Oh, das haben die ja abgeändert, Alter. Ja, so hab ich ge... Ja, fuck, Mann. Digga, hallo, Mates. Nur noch Fuse. Hey, der Puls macht das schön wieder. Ja, okay. Ja, der Puls macht das schön wieder. Er hat mich aber auch geholt. Was ist das eigentlich für ein Time-Block? Das hab ich nämlich ein Demo mit holen, weil ich mal ganz zu geil ist, Mann. Alex, Servi. Erm 복ge. Und da packen dich. Ja, natürlich. Und wenn du... Also, ich hab mich mal wiederholen.